Manu und Conny Reimann scheinen ernsthaft über eine Auswanderung nachzudenken. Nun legt Manu die Pläne der beiden offen. Seit einigen Wochen sind Fans der Reimanns in Aufruhr. Wollen Manuela, 56, und Conny, 69, wirklich ihr geliebtes Zuhause auf Hawaii verlassen und in ein anderes Land ziehen? Grund für die Spekulationen war unter anderem die Verkündung der beiden, ihr Beach House verkaufen zu wollen. Manu Reimann spricht über Auswanderung nach Costa Rica. Dabei handelt es sich nicht um ihr Hauptdomizil auf Hawaii, dennoch ist der Verkauf für viele ein Zeichen dafür, dass Manu und Conny ihre Zelte dort bald schon abbrechen werden. Und so ganz verneinen können die Reimanns die Umzugspläne nicht. Auch in der neuen Staffel der Doku Willkommen bei den Reimanns ist eine erneute Auswanderung Thema. Denn in der kommenden Folge, die am 1. Dezember bei Kabel 1 zu sehen sein wird, besuchen die Reimanns Freunde, die nach Costa Rica ausgewandert sind und sich dort ein Leben aufgebaut haben. Könnte Costa Rica auch eine Option für die beiden sein? Es scheint so. In der Sendung erklärt Manu die Hintergründe. Das hält Manu, noch, von einem Abschied ab. Costa Rica wäre wieder etwas komplett anderes, philosophiert Manu. Vor allem eine Sache macht der Auswanderin Sorgen, die gefährlichen Tiere vor Ort. Schlangen, Skorpione und besonders Affen machen Manu zu schaffen. Aber das muss man sich halt mal selber angucken, so die TV-Persönlichkeit. Ein klares Nein ist das auf jeden Fall nicht. Als Conny einwirft, dass die beiden eigentlich noch gar nichts sagen können, solange sie nicht dort gewesen sind, entgegnet Manu. Ich kann schon ein bisschen was sagen. Es hängt also alles davon ab, wie gut es den Reimanns in Costa Rica gefällt. Und scheinbar hat das Land in Zentralamerika das Paar überzeugt. Denn zuletzt waren sie innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal dort. Eine Auswanderung könnte also tatsächlich immer näher rücken.